Moin Moin, Automatealot hier und heute nur ein kleines Ankündigungsvideo und zwar ist es so, wir werden den Kanal aufteilen in einen deutschen und einen englischen Kanal und der Kanal hier wird in Zukunft nur noch die englischen Videos haben und die deutschen Videos werden wir in Zukunft auf diesem Kanal hochladen, automatealot-de und auch die ganzen deutschen Videos von diesem Kanal nach und nach hier rüber umziehen. Also wenn du ein deutscher Zuschauer bist bzw. dir normalerweise nur die deutschen Videos anguckst, würden wir uns freuen, wenn du mit rüberkommst auf den neuen Kanal. Den Link packe ich dir nochmal unten in die Beschreibung und wir machen das Ganze jetzt, weil wir noch ziemlich klein sind und wir dachten uns, wenn wir später größer werden, kann das mit den zwei Sprachen auf einem Kanal dann in den Kommentaren zu Chaos kommen und außerdem ist es dann auch einfacher, die ganzen Videos zu managen, wenn man für jede Sprache einen Kanal hat. Alles klar und das war es auch schon, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal auf einem neuen Channel.